Ah, okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Nee, was war denn das? Alter, was war denn das? Okay. Das ist irgendwie ganz witzig. Äh, green gem, recover, pure orange gem, temporary increase, attack. Achso, das war's die Tropen. Mhm. Get quest items, get cards, to grip on outfits. Okay, cool. Die sind jetzt aber irgendwie nicht so stark, ne? Achso, so... Was sind das denn für Sprünge? Was nützen mir die denn? Oh, Alter, das ist ja saucool. Geil. Äh, status all ailments, poison... Ja, okay, das sind die übrigen, die kennt man ja. Locked area. Locked areas when you're out. Und, okay. Ups. Alter. Wie war das nochmal mit dem Anvisieren? Warte. Pause. Mist. Warte mal, Screen... Weil ich hab so das Gefühl, ich seh irgendwie einen Teil vom Dings nicht, vom Bildschirm nicht. Ja, da hab ich auch irgendwie recht gehabt. Es war irgendwie abgeschnitten. Nein! Mist. Okay. Mist, wo kann ich denn das jetzt nochmal nachlesen? Verdammt. Nein. Au. Ups. Falsche Richtung... Etwas falsche Richtung. Nein. Wie ging das nochmal mit dem Anvisieren? Ach so, da oben steht, äh, meine Zeit, die ich noch über hab. Finde ich fest. Nein. Au. Scheiße. Ausgerechnet, jetzt muss mein Controller leer gehen. Alter, der ist voll fies zu mir. Nein. Nicht nett. Ach, da oben steht meine HP. Lass mich in Ruhe, du Arsch. Okay, ich bin in so Spielen wirklich absolut gar nicht gut. Äh. Oh, sind das Fallen? Oder was machen die? Die... Ah, doch. Tatsache. Das Fallen, wenn die da rüberlaufen, tun die sich weh. Alles klar. Äh. Hat der jetzt auch so überhaupt keinen Sinn? Ja, krass. Hm, R2. So, perfekt. Mist. Indem ich immer die ganze Zeit hinterher rennen würde, der Arsch. Alter, wo ist der Full-Damn? Das ist der R1, äh, to activate it. Was? L... R1. Okay. Boah, halt, der ist ja brutal. Na? Würdest du auch mal treffen? Hm. Ah, okay. Ich nehme erstmal hier alles mit. How to knock back and launch enemies. Hm-hmm. How to jump during a launch attack. Ah, okay. Okay, so kann ich unterschiedliche Attacken noch machen. Oh, der war voll süß. Die sind echt voll süß, Mann. Ich will denen gar nicht wehtun. Oh. Ähm. Ah, da oben ist noch einer. Oh, Mann. Das ist so unfair. Die sind eigentlich voll goldig. Was liegt denn da? Was habe ich denn hier vergessen? Aha. Achso. Jetzt habe ich zwei verschiedene Wege, die ich gehen kann. Ah, na toll. Greifen die mich überhaupt an? Süß. Eigentlich viel zu schade, um die Viecher zu töten. Ich bin eigentlich voll goldig. Hey. Ich versuche gerade noch mal irgendwie herauszufinden, wie das mit einem Anvisieren ging. Ah. Alles klar. Den da hinten treffe ich wahrscheinlich gar nicht. Der ist zu weit weg. Die armen Viecher, ihr tut mir voll leid. Noch einen. Das tut mir echt leid, dass ich dir wehtun muss. Okay, damit bin ich fertig. Das heißt, ich kann jetzt da oben lang. Ah, fünf Minuten habe ich noch für die Quest. Da kam ich her. Ah. Ich weiß, das ist voll assi-kleiner. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ah, der ist zu weit weg. Die halten das gar nicht so lange aus. Die halten das gar nicht so lange aus. Ja. Cool. Ja. Wo muss ich denn jetzt lang? Das ist wieder so ein komisches Schwein. Jawohl, ich habe eine Waffe erhalten. Das ist ja krass. Okay, wir sollten uns hier nicht länger aufhalten. Wir müssen erstmal noch... Gut, die sind auch alle K.O. Was macht die denn für komische Geräusche? Als wäre die voll außer Arten oder irgendwas in der Art zumindest. A-Skills. A-Skills. A-Powerful special actions that utilize action points. The amount of RP required differs from skills to kills and different A-Skills exist for each job. A-Skills take precedence of a regular action. Okay. Activate A-Skills with button commands. Configure the button through the control type in the game menu. A-Skills. 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 Ahhhh. Ahhhh. Das ist ja Bözer. Nein. Oh, scheiße! Ich bin gestorben. Mann, ist das unfair. Du solltest den treffen, Mädel. So, nehmen wir doch den, der am weitesten vorne ist. Zum Beispiel den da. Au! Ah, noch 2 Minuten und 11. 4 Monsters left. Ich wollte gerade sagen, das werde ich ja wohl jetzt in 2 Minuten noch hinkriegen. Alter, ihr seid so abbi! So, da fielte noch einer, da hinten der. Quest cleared. Und das sogar noch in der Zeit. Returning in... Achso, ich habe jetzt nur 15 Sekunden Zeit, hier ein bisschen was abzuräumen. Was so noch über ist. Nein! Verdammt! Okay. Clear Time. 13 Minuten und 21 Sekunden. Neuer Reco. Ja, okay. Maximal 2,40 Monster Kill. 79. Times K.O. Eimer. Then you earned. Mhm. Äh, sollen die gespeicherten Daten überschrieben werden? Ja. Sollen sie. Okay. Okay, das war ja eigentlich ganz witzig. Dafür, dass ich in so Spielen normalerweise echt voll schlecht bin. Ist ein bisschen aber anstrengend, dass das alles auf Englisch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. A new tutorial has been added to Tutorial Lineup. Aha. Okay. So, Leute. Aber, ähm, ich denke, so eine halbe Stunde habe ich das jetzt angezeigt. Das sollte eigentlich reichen, um sich ein kurzes Bild von dem Spiel machen zu können. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und, ähm, ja, wir sehen uns dann bei den normalen Let's Plays, beziehungsweise bei der nächsten Demo, die ich mir da mal raussuchen werde. Und, ja, ich würde sagen, macht's gut. Tschüssi.